In diesem Video wird an einem Beispiel die einfache Wenn-Funktion erläutert. Und zwar stellt sich die Frage, bekommt der Kunde seine Rechnung per E-Mail, falls hier das Wort Ja steht, oder bekommt er einen Brief als Papierausdruck. Das heißt, ich prüfe den Inhalt der Zelle C3, ob dort das Wort Ja steht, wenn das so ist. Wenn da Ja drin steht, soll hier das Wort E-Mail erscheinen. Steht dort nicht das Wort Ja, also ergibt die Prüfung ein Falschergebnis, soll da das Wort Papier stehen. Kurz mal hier in einer anderen Zelle demonstriert. Ich kann den Inhalt von Zelle C3 prüfen. Ich klicke auf C3 und frage, steht da das Wort Ja? Ja, momentan ist das so, dann kommt als Ergebnis War heraus, also wäre E-Mail das Ergebnis. Steht dort etwas anderes, egal ob Nein oder etwas anderes, ist das nicht identisch und es kommt das Ergebnis falsch heraus. Das heißt, hier kann nun eine Wenn-Funktion formuliert werden, die hier entsprechend das gewünschte Ergebnis bringt. Ich schreibe das Wort Wenn, Gleichzeichen voran, Wenn, mache die Klammer auf und sehe nun hier die Funktion. Hier unten ist es nochmal dargestellt. Und zunächst kommt eine Art Prüfung der Wahrheitstest. Da ich jetzt keine Lust habe, hier die ganzen Parameter mit dem Semikolon einzugeben, klicke ich gerne auf die Schaltfläche FX. Dort öffnet sich der Dialog für die Funktionsargumente und hier kann ich in aller Ruhe meine Prüfung eingeben, ohne die Semikolons selber tippen zu müssen. Das heißt, ich frage, steht in C3 das Wort Ja? Ich sehe schon, das steht da nicht. Da kommt das Ergebnis falsch bei raus. Wenn das aber so wäre, dann soll hier E-Mail stehen. Ich schreibe das einmal in Anführungsstrichen. Ansonsten, und da lasse ich die Anführungsstriche mal kurz weg, soll da das Wort Papier stehen. So, das wird hier automatisch in Text mit Anführungszeichen dann auch verwandelt. Im Falschfall, wenn Wert falsch ist, da sehe ich ja, wird Papier genommen. Ich klicke auf OK, habe oben auch gesehen, dass die Funktion aufgebaut wird. Nun wird hier je nach Wort, was ich bei C3 eintrage, der passende, ja, Ergebniswert genommen. Nochmal kurz gezeigt. In der Formel wird also geprüft ein Input. Der Wert der Zelle C3 entspricht der meinen Erwartungen, wird der erste Wert genommen, entspricht er diesen Erwartungen nicht, wird der zweite Wert genommen. Diese Datei und die anderen Übungsdateien stehen auf tehossblog.com zum Download zur Verfügung. So, und wer noch mehr Beispiele sehen möchte, kann auf die Fälle 2, 3 oder 4 klicken. So, und wer noch mehr Beispiele sehen möchte, kann auf die Fälle 2, 3 oder 4 klicken. So, und wer noch mehr Beispiele sehen möchte, kann auf die Fälle 2, 3 oder 4 klicken. Vielen Dank.